Na Heinz? Ich liege jetzt im Bett. Ich habe es eben noch gearbeitet, Heinz. Ich habe noch ein paar Videos hochgeladen und jetzt liege ich im Bett und das ist schon in den Morgenstunden und der Meinhard und ich, wir haben morgen einen Doppelauftrag. Wir haben morgen zwei Aufträge, Heinz. Ich erzähle jetzt aber hinterher über die Verbindung. Ich mache hier nicht vorher Werbung, wo ich bin. Sonst habe ich hier die ganzen Leute an der Backe, die mich wieder beobachten wollen bei den Drehs. Ne, das mache ich nicht. Ja, vor 14 Tagen hatte ich schon Otto Grammstündchen. Da haben die mich erkannt. Ja. Ja. Ja.